Wenn man in einem Spiel drei Tore macht und einen ausgeben muss und wenn man dann noch einen Ball an den Pfosten gehauen hat und noch mal einen ausgeben muss, weil die Leute sagen, man hätte das vierte Tor verweigert, und wenn man dann vom Kapitän noch die Binde nach einer Auswechslung bekommt und dann noch mal einen ausgeben muss, dann sind wir beim Amateurfußball. Zugegebenermaßen sind das Alternregeln, aber ich glaube, der eine oder die andere bei euch kennt diese Regeln ganz genauso. Wir sind beim Amateurfußball in Sachsen-Anhalt. Wir sind unterwegs mit unserem Adventskalender. Hinter dem heutigen Türchen ein schöner Verein, SV Langstein. Und neben mir steht Sebastian Knobbe. Was hast du alles für Funktionen hier? Also eigentlich bin ich hier nur der Vereinsvorsitzende, spiele noch ein bisschen mit den alten Herren, aber das reicht eigentlich schon aus als Vorsitzender. Aber ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Die Alternregeln, die kennst du auch? Die kenne ich, die studieren wir auch jeden Freitag und das musst du auch machen, weil natürlich nur Übung macht den Meister und wir sind ganz gut dabei. Ich kenne Altherren, die gewechselt sind aus der ersten Herren, verdiente Spieler und die dann Kredit aufnehmen mussten, weil sie immer erst mal so viele Kisten ausgeben mussten. So schlimm ist es bei uns nicht, dann war es bei mir zumindest nicht. Aber ja, die Regel gibt es natürlich auch und du hast ja immer einen Anlass, einen Kasten auszugeben und das ist auch gut so. Es ist ein total sympathischer niedlicher Verein, zumindest kriegt man das Gefühl, wenn man erst mal sich hier so herfährt, weil man fährt da so vorbei, so an, wahrscheinlich war es ein altes Bergwerk oder was ist hier. Da hinten so die Berge, die man, hier der Weg, der herkommt, der ist so ein bisschen verschwurbelt so. Ja, ihr seid durch die Hintereinfahrt dann wahrscheinlich gekommen. Also Langstein liegt ja am Langenstein, deswegen heißt es auch so und wir sind umgeben von Gebirge, der Hoppelberg hier mit als dritthöchster Erhebung Sachsen-Anhalts. Also insofern liegen wir landschaftlich unglaublich schön und die Perle natürlich dann im Ort hier ist dann der Sportverein selber. Total schöne Idee auch. Ihr habt hier so Bänke, da sieht man vielleicht so ein bisschen, kann man ja jetzt gleich auch nochmal zeigen, da sind überall so Namen von Firmen oder auch Privatpersonen dahinter. Was ist das für eine Aktion gewesen? Wann habt ihr das wie gemacht? Ja, wir hatten im letzten Jahr so eine große Bankenkrise hier in Langstein, die hat uns dann auch erreicht und das heißt also quasi unsere Zuschauerbänke waren fast nicht mehr sitzfähig und dann ist es ja ein ehrenamtlicher Verein, uns gehört die ganze Anlage und wir mussten halt gucken, wo kriegen wir das Geld dafür her und so konnte man sich dann quasi als Sponsor für 60 Euro jeweils zwei Plätze sichern und von der Gesamtsumme haben wir dann die Bänke neu herstellen lassen und ist so eine ganz gute Aktion, kam auch in der Presse ganz gut an und so machen wir hier viele Sachen. Es geht ja nur so, dass wir die Leute ins Boot holen und da auch behalten. Deshalb sind wir ja unterwegs, um das Ehrenamt auch so ein bisschen zu würdigen und zu wertschätzen. Wann war das das letzte Mal hier komplett voll und warum? Also voll ist es ja eigentlich immer samstags, zur Zeit aber nicht, weil wir gerade eine riesen Baumaßnahme hatten. Wir haben gerade beide Plätze und auch die Tennisplätze mit einer automatischen Beregnungsanlage ausstatten lassen. Deswegen passiert auch dieses Jahr auch nichts mehr, weil wir den Platz jetzt erstmal ruhen lassen müssen. Aber ansonsten ist es samstags voll. Ansonsten haben wir hier Anfang des Jahres einen riesen Neujahrslauf mit circa 450 Teilnehmern. Das ist jetzt demnächst wieder soweit. Wir machen das Ostervoriumort selber. Da ist es richtig voll, allerdings nicht auf dem Platz, sondern auf dem Vorplatz. Ja und zum 90-jährigen Jubiläum im August dieses Jahres, oder Anfang September war es, da war es auch nochmal richtig voll. Der größte sportliche Erfolg des SV Langstein, der Fußballer, gibt es den? Muss man da weit zurückgucken oder ist es gerade erst gewesen? Dein Gesicht macht mir ein bisschen Sorge, weil du so lange überlegst. Nein, weil es ist ja, also wir spielen seit acht Jahren in der Landesklasse und wenn man sieht, dass wir als Ortsteuer von Halberstadt 2000 Einwohner haben, dann ist das schon eine Riesensache, dass wir überhaupt das so lange halten können. Und unser größter sportlicher Erfolg, würde ich jetzt mal sagen, als Vorsitzender ist, dass wir diesen Verein in diesen Zeiten des demografischen Wandels eigentlich mit drei Männermannschaften, mit vier Jugendmannschaften, mit einer Tennissparte, mit einer Kindersportsparte, mit zwei Frauensportgruppen so am Leben erhalten. Und da jetzt auch nach zwei Jahren Corona tatsächlich auch wieder Mitgliederzuwachs haben. Und das ist eigentlich der größte Erfolg für mich. Und um vielleicht auch den einen und die andere zu inspirieren, hier vielleicht mal auch im nächsten Jahr, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, herzukommen, irgendwann im April oder im Mai oder sonst was, wenn Fußball gespielt werden sollte noch, einfach so ein Spiel hier angucken und dann kann man direkt ins Schwimmbad gehen da hinten. Das betreibt ihr auch mit oder ist auch ehrenamtlich zumindest hier so mit dabei? Also das betreiben wir nicht. Das macht der Sommerwartverein, wobei viele Vereinsbeglieder auch im Sommerwartverein tätig sind. Und das ist natürlich hier das Zentrum der kurzen Wege. Also hier erst zum Spiel oder vorher im Sommerwart, dann zum Spiel, dann wieder rüber. Hier hat man alles zentral. Und das ist für den Ort unglaublich wichtig, dass dieses Bad, was eben auch im Ehrenamt betrieben wird, zumindest in weiten Teilen auch für die Zukunft gesichert ist und ist für den ganzen Ort wichtig. Wenn man hier Fußball spielt beim SV Langstein, hat man dann freien Eintritt als Entmüdungsbecken, wenn man da reinspringen möchte? Nein, muss ich jetzt mal so sagen. Es gibt viele, die im Verein sowieso sind. Es gibt natürlich hier und da nach dem Training mal eine kurze Absprache. Das funktioniert sehr, sehr gut. Aber offiziell ist das tatsächlich nicht der Fall. Es ist extrem bemerkenswert, wie lässig und gelassen du alle Antworten hier so gibst und auch fröhlich dabei guckst. Aber mir ist aufgefallen, du hast trotzdem hier eine ziemlich krasse Donnerfalte. Ist die noch übrig geblieben außer ersten Herren? Hast du dir die für die alte Herren zugelegt? Oder gibt es tatsächlich etwas, was man dem FSA vielleicht auch mal, weil unser Präsident Tolga Steilknecht guckt, immer zu und hat mich auch explizit rumgeschickt im Land, damit wir vielleicht die ein oder andere Sache noch einsammeln, die man vielleicht besser machen könnte, damit die Donnerfalte da oben weggeht. Also die Donnerfalte geht nicht mehr weg, die habe ich schon ganz, ganz lange. Mag vielleicht auch vom Lehrerberuf kommen. Aber ja, wir haben auch im Verein natürlich Probleme. Wenn du mich jetzt so spontan fragst, was uns seit Jahren unter den Nägel brennt, ist so ein bisschen diese Schiedsrichter-Problematik. Wir versuchen wirklich Schiedsrichter zu gewinnen. Das ist aber unglaublich schwer, nicht nur im Fußball, mit anderen Sportarten auch. Und dann gibt es natürlich immer diese großen Strafenkataloge vom FSA. Und das trifft kleine Vereine genauso wie die großen. Da gibt es auch keinen Unterschied, was die finanziellen Folgen dann sind. Und ja, wir haben dann teilweise Urteile bekommen, wo uns dann quasi noch mitgeteilt wurde, wenn wir so viele Jugendmannschaften haben und Mannschaften melden und haben die Schiedsrichter nicht, dann können wir eben auch nicht so viele Mannschaften melden. Und das war sicherlich der falsche Weg. Also ich glaube, da sollte man mit dem Verein in den Dialog kommen. Und insofern ist diese Aktion, die ihr auch gerade macht, genau die richtige. Wir haben auch Ideen, glaube ich, die in die richtige Richtung gehen. Also nicht nur wir als SV Langstein, sondern die kleineren Vereine generell. Aber da muss man an den Tisch kommen. Und das hoffe ich einfach, dass das jetzt auch unter dem neuen Präsidenten auch häufiger der Fall ist. Wenn ihr jetzt einen Glühweingeschmack und eine harmonische Musik in der Seele habt, dann ist das genau richtig, weil dann passiert das, weil unser Adventskalender funktioniert. Guter Dialog als Lösung für Probleme und große, wunderbare ehrenamtliche Arbeit, um Vereine wie diesen hier, SV Langstein, auch in Gange zu halten. Und in einer Region, wo nicht so viele Menschen wohnen, trotzdem das Leben pulsieren zu lassen. Sebastian Knobbe, ganz weit vorne als einer, stellvertretend für ganz viele, die das jetzt wahrscheinlich sehen, immer so weiter, weitermachen. Immer, immer so weitermachen. Machen wir, machen wir. Ich habe noch Geschenke für euch. Wir haben so ein paar Sponsoren, Teamsportbedarf.de, die haben so ein kleines Überraschungspaket zusammengepackt. Hasse Röder hat uns was gegeben. Ich weiß nicht, trinkt man hier im Herzen des Harnses fast auch Hasse Röder? Ja, trinkt man sehr, sehr gern und massiv auch. Aber nicht, dass du das als Kiste wieder ausgibst, nachher ausgibst. Und dann auch noch danke an Kompakt Media und auch an Komplexbau für die Unterstützung von diesem Adventskalender. Ich gebe dir jetzt gleich die Geschenke und dann jetzt weiter. Bis dann, morgen hoffentlich wieder. Und ich bin mir ganz sicher, genau so eine schöne Geschichte und genau so ein toller Typ oder eine tolle Frau für den Amateurfußball in Sachsen-Anhalt. Also Teamsportbedarf.de, wir wissen nicht, was drin ist. Die Pakete sind alle unterschiedlich, hast du ja gesehen. Bitte sehr, alles Mögliche. Ja, hast du Röder? Das passt ganz gut, wir haben die Samstagfrüh einen Arbeitseinsatz. Noch einen Meldigel irgendwoher, die habe ich jetzt leider nicht dabei. Da könnte bis Samzaro schlecht sein. Das passt ganz gut, wir haben die Samstagfrüh einen Arbeitseinsatz.